Yo Leute und Willkommen zu einer Runde Minecraft Rook Survival Games, äh ja. Jetzt kommen wir mal die Punkte Net-Server. Ich benutze Tachyapack diesmal, wie heißt es, Dandelion. Genau, so war der Name. Ich hab einfach mal keine Waffe, außer einen Bogen. Naja, besser jetzt gar nichts. Aber ich brauche ganz nett ein Schwert. Weil ich auch was reißen will. Oh, leider leer. Wollten wir es noch ansprechen, aber erstmal ausrüsten. So, hier kein Schwert. Nein! Weg hier! Ist ja so dreist und folgt wie... Ich weiß nicht, keine Waffe nimm uns wohl. Ganz nicht ne Waffe. Und Essen haben wir auch ganz gut. Die Sache die ich ansprechen wollte ist, wenn jemand essen gehört. Stamm. Ja, ich hab nämlich vor einen Minecraft Film zu machen. So wie der ein oder andere ihn vielleicht von Razzan und Mainmo kennt. Und ja, ich würde es einfach mal ausprobieren. Und falls ihr sagt, ja coole Idee, kann man machen. Würde ich mich über eine positive Bewertung auf diesem Video freuen. Und wenn wir die 5 positive Bewertungen schaffen, die 5 Likes schaffen, werde ich eins machen. Werde ich einen drehen. Werde ich eins schneiden. Werde es einfach mal ausprobieren. Ja, stimmt nicht. Geht er jetzt gleich hier hoch. Ich werde doch... Ne, ja, sonst strebe ich jetzt. Ja, er ist tot. Der da. Oh, der ist auch so. Lol. Ja, einfach 2 vor mir gestorben. Ich bin grad mega sprachlos. WTF? Hä? Es sind einfach grad 2 vor mir gestorben. Jetzt hab ich einfach richtig gutes Equip. Da liegt einfach noch ein Eisenschwert. Was für Zufälle. WTF? WTF? Das wäre schon mal an oder weg. Nein. Fuck. Jetzt, jetzt, jetzt hat es schon so gut angefangen. Es darf es auch nicht so gut enden. Äh. Jetzt, jetzt. Es hat sich schon so einen guten Verlauf genommen. Es darf sich nicht wenden. Jetzt müssen wir das aus der Runde reißen. Wendet bei echt jetzt was reißen, ja? I am zu teuer. Okay. So. Meine Stats sind besser. Bleib während von mir. I def match jetzt. Okay. Ich hab leider nicht so viele Pfeile. Und ich hab halt nicht den besten PC. Ich werde mir auch in ein paar Monaten einen neuen PC kaufen. Ähm. Damit ich dann auch lagfrei spielen kann. Sonst ist er auch lagfrei aufgemessen. Wichtiger. Wichtiger. Bestandteil. Wird mir aber auch festgegeben. Campen alle da hinten. Er hat eine gute Ausrüstung. Der ist aber halbisch der Blow hier. Der Typ. Ich treff den durchgehend einfach. Ich brauche mehr Pfeile. Wir schießen einfach alle nur den ab. Okay. Haben. Der erste ist down. So. Da leben noch die beiden. Das war fies von dir. Loll. Äh. Schießen jetzt beide nur mich ab oder was. Alter. Ich hab Angst vor dem Typen. Der hat schon so die Angeln. Als ob der irgendwie so gut wäre. Der ist also so. Ich treffe auf jeden Fall den ich schieße. Gibt's noch gar nicht. Also der Roller. Ich will. Hab irgendwie Angst vor. Wenn es eins gegen eins wäre, dann würde ich jetzt drauf gehen. Ich hab keinen Bock auf Abstaubar. Ja. Der kommt dann. Ich muss hier weg. Das sieht auch irgendwie mit mir so aus, als ob die teamen oder so. Jetzt kommt der Typ. Ich pass keine Pfeile mehr. Es belagern die mich. Ich muss hier weg. Kämpfen die auch mal irgendwann. Ich werde jetzt einfach. So außen. Hier. Ich werde jetzt einfach. Gucken. Weil ich hab schon länger keinen Minecraft PvP mehr gespielt. Ob ich denn noch was in den Schwertkampf kann. Okay. Jetzt werde ich eben. Warten und dann. Achso. Er will kämpfen. Ich wollte ihn eigentlich regen lassen. Dann nicht. Okay. Er ist gut im Ausweichen. Aber. Langene Pfeile. Oder Eisenschuhe. Eisenschuhe. Egal. Er hat auch schlechte Rüstung. Also ich könnte ihn packen. Das mache ich. Das mache ich. Deathmatch endet bald. Deswegen. Jetzt muss ich drauf gehen. Solange er noch relativ low ist. Aber ich glaube er ist auch nicht der schlechteste. Nein. Wow. Er spammt mich mit dem Bogen. Okay. Er ist nicht schlecht mit dem Bogen. So jetzt. Ich muss da jetzt aber drauf gehen. Die sind beide nicht so voll. Ich denke wir haben gleich viel wenig Herzen. Ich kann keinen TNT setzen. Doch. Kann man. Er hat vorhin auch geschrieben, dass er aufnimmt. Deswegen. Bzw. Er hat vorhin Werbung gemacht für seinen Kanal. Aufkommen schon. Ich will jetzt nicht hier irgendein Unentschiedener oder so ne Scheiße. Ist richtig dumm. Ich kann die Runde nicht nehmen. Ähm. Ich habe bessere Ausrüstung. GG. Okay. Er hat gut gekämpft. Ähm. Das war's die Runde. Ähm. Jo. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da wie gesagt. Und ähm. Ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal und. Ciao.